Im Netz nimmt Thea Gottschalk in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Doch ihre emotionalen Aussagen sind plötzlich wieder verschwunden. Hat man sie dazu gedrängt, diese zu löschen? Er ließ die Korken knallen am Tag seiner Scheidung. Dazu gab es feinste Speisen im Luxusrestaurant. So setzte Thomas Gottschalk, 73, nach 48 Jahren den Schlusspunkt unter seine Ehe mit Thea, 79. Und damit nicht genug, ein paar Tage später schon steckte er der Liebe seines Lebens Carina, 62, einen Ring an den Finger. Das Verlobungsfoto zeigte er stolz der ganzen Welt. Ein Stich ins Herz seiner Ex. Doch sie leidet still. Der Verdacht liegt nahe. Hat sie einen Maulkorb bekommen? Besonders traurig, während der verliebte Moderator eine neue Villa für sich und seine Carina in Gräfelfing bei München kaufte, die gerade aufwendig für das künftige Brautpaar renoviert wird, musste Thea aus ihrem Zuhause ausziehen. Vier Jahre habe ich in dem Haus wohnen dürfen. Leider hat es mir nie gehört und deshalb heißt es, Malibu, goodbye, postete sie im Juni auf Social Media. Dramatische Worte einer verlassenen Frau, Worte, die inzwischen gelöscht wurden. Ebenso wie ein Gefühlsausbruch, in dem sie traurig bestätigte, dass sie nicht verstehe, warum Tommy sie verlassen habe, obwohl sie ihm doch immer den Rücken freigehalten habe. Die Frage stellt sich, hat man sie vielleicht sogar gedrängt, diese Statements zu löschen? Unklar. Über Thomas jedenfalls verliert sie kein schlechtes Wort. Ganz im Gegenteil, sie zeigt zahlreiche Fotos mit ihren Katzen in der Mühle. Diese war ihr früheres schönes Zuhause, in dem sie bis zum schrecklichen Brand mit Thomas glücklich war. Dabei könnte Thea bestimmt viel erzählen. Doch gewisse Enthüllungen würden der neuen Frau Gottschalk bestimmt gar nicht gefallen. Und zwar auf die Wand auf den Witcherren, die er in der Schülerrat nonprofits beendet hat, es war ihr nicht allerdings schwer. Zählung ist das ok, was uns anlassend erwartet. Zählung Cultivieren kann dann gern werden und versch Connie mit mir overwhelm doch. Zählung Nun heraus kannst los dádlich nichts mehr practice. Zusammen趣 an und es muss sehr auf der Kraut mit ihnen stabil 표 DM sein. Untertitelung des ZDF, 2020